Okay, nehmen wir hier auch noch. Ich meine, die Pfeile, glaube ich, waren jetzt gar nicht so teuer. Das Problem sind eher die Tränke für die Tränkey-Lizer. Gib mir das. Ach, Mann. So, und die andere ist abgehauen, okay. Was ist das jetzt? Muss man kurz gucken. Animals, Confused und Infected. Female und, ja, es sind beides. Female sind Kühe, okay, alles klar. Dann haben wir hier den noch und den. Die müssen wir halt auch alle, ich habe ja ganz viele infizierte Tiere noch zu Hause in der Kiste. Die müssen alle noch geheilt werden und das ist mega teuer. Wo ist die Kuh? Von Dannen gelaufen. Na gut. Bam, 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 bam. Ich höre Knurren. Ein Artbook. Okay, hier gibt es keine Hintertür, oder? Sehr wenig zu holen hier, tatsächlich. Ah, hier ist noch was. So, okay, jetzt müssen wir hier nochmal lang. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Äh, git. Irgendwo müsste noch so eine durstelige, grüne, kontaminierte Dings sein. Da vorne sind ein paar Piepel. Äh, ich treffe nicht, hallo? Das war ja wohl 1a. Gute Munition, hör mal. Gute Munition, hör mal. Boah, wie groß das ist, dieses Areal. Wo ist der Typ jetzt hin? Noch mehr wichtig hier zwischendurch, wenn man hier diese Bäume sieht, die auch mal abzuholzen, weil nur die kann man abholzen. Alle anderen gehen nicht. Okay. So, was haben wir hier noch? Ein paar Pilze in die Blumen. Oh Gott, dieses Areal werde ich nie ergründen. Ich weiß nicht, ob wir diese 2% noch finden. Unwahrscheinlich. Also, ich laufe jetzt einmal noch rum, weil ich irgendwo noch so ein grünes Ding gesichtet hatte. Oder aber ich habe mal wieder irgendwie einen kleinen Sehfehler gehabt und dachte, es wären 2. Waren aber nur einer. Oder sonstiges. Hm. Hm. Okay, es ist nur eine Blume. Ich dachte, das wäre irgendwas Spezielles. Aber nein. Wo hast du dich versteckt? Oh, da war einiges drin, ne? Okay, hier waren wir schon. Ich erinnere mich dunkel. Hier hatten wir richtig coole Sachen in dieser Chest hier. Ja, da waren richtig gute Sachen drin, ne? Wo könnte denn noch was sein? Ich kann ja nochmal hier hochlaufen kurz. Bezweifle aber, dass hier noch was ist. Sondern ich vermute mal, dass ich eher in der Stadt irgendwas übersehen habe. Ich müsste vielleicht nochmal da hoch. Und von da oben runter gucken. Denn von da oben, ich stand ja da irgendwo drauf und hab das gesehen. Danger Zone. High Level Risk. Of Risk. Hm. Echt? Hier nochmal rauf. Irgendwo muss ich das so sehen können. Mist. Ich hätte das gerne vollzählig. Aber ansonsten, jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Oh, wie doof. Ähm. Doch, komme ich. Ich hätte gerne dieses... Oh. Ja, ich spring mal hier hoch. in die nächste... in die nächste Bärenfalle rein. Oben steht irgendwas. Da. Da waren wir aber. Nur nicht oben drauf. Mist, Mist, Mist. Ja, keine Ahnung. So, warte. Ich esse nochmal schnellen Käse. Aber hier werden wir nichts mehr finden, denke ich. da hinten beim Feuer, waren wir da überhaupt? gut. 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 Hm, keine Ahnung. Wo ist das Feuer jetzt hin? Na gut, dann nicht. Dann haben wir halt 98% in Kaltzburg. Dann ist das so. Gibt Schlimmeres. So, ich würde auch sagen, wir werden gleich mal nur mal einen kleinen Abstecher machen. Ich weiß noch nicht wohin. Weil wir ja jetzt noch nicht so voll sind, sag ich mal. Machen wir noch ein bisschen Platz. So, ich trinke was. Fisch habe ich hier unten, okay. Da habe ich noch ein Brot. Dann wird gespeichert. Let's go. Hm, höchsteigenartig. Aber ich kann nichts erkennen von hier. Hallo, ich habe noch gar nicht geklickt. Moment. Ja, so schnell nicht, Freund. Ich wollte nur mal ganz kurz hier nochmal hinlaufen und von der Seite gucken. Was ist das denn da hinten? Ah, damn it. Wie komme ich denn da hin? Oh nein. Oh nein. Da müssen wir hin. Ähm. Spring ich da runter? Ich kann doch nicht einfach da runterspringen. Okay, wir müssen hier lang. Komme ich denn da hin? Von dort. Oder? Nee. Also entweder komme ich von da hinten rauf. Ich muss auf jeden Fall da hinten rauf, weil hier ist ja gebrochen. Ach du Scheiße. Okay, dann muss ich ja hier rum. Okay. Carlsberg ist noch nicht fertig. Da ist auch noch so ein blauer Stein. Du nicht. Moment. Bevor der uns später kaputt macht. So, vorne war noch eine Miezekatze. Die ist aber jetzt, die darf jetzt hier nicht herkommen. Die bleibt doch schön da hinten. Ich will sie nicht töten. Ich will die irgendwann zähmen. So. Hier war irgendwas. Ah ja. So, mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Ohne hier in den Abgrund zu stürzen. Oh fuck. Habe ich gespeichert? Jetzt. Ich safe einfach nochmal. Mal gucken. Ich habe wirklich keine ruhige Hand für dieses, für diese Waffen. Ah, da können wir doch nochmal da hinten hinlaufen. Weil da war ja scheinbar noch irgendwas. Hier unten waren wir. Wir sind dann aber da hingelaufen. Statt hier nochmal zu schauen. Okay. Oh. 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 Oh mein Gott. Stirb doch einfach. Also die Sniper ist echt besser für die Viecher. Okay, okay, okay. Mmh, lecker. Tomaten. Ich glaube, das hat hier gar keine Bewandtnis. Aber ich höre schon wieder irgendwelche Ratten oder sowas. Irgendwas muss hier sein. Okay. Aber das war wahrscheinlich das Geräusch von der Brücke da vorne. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist da der Rest versteckt, den wir noch benötigen. Was ist das denn hier? Hm, okay. Kommt man da irgendwie hin? Das hörte sich original an wie bei Ark, das Geräusch. Wenn man etwas platziert. Eine Wand. Vanillewand oder so. Original. Komme ich hier rum? Scheinbar nicht. Okay, wir laufen nochmal in die andere Richtung. Irgendwie müssen wir dahinter kommen. Da ist ja irgendwas. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Hier. Ich muss doch hier durchkommen. Komm schon. Nee, ist blockiert. Mist. Vielleicht, wenn ich da rumlaufe. Nee, da komme ich auch nicht lang. Okay, gut. Ah. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er? 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 Oh Gott, was bin ich denn jetzt mit dem Messer? Wo sind die denn? Hä? Jetzt mal ohne Witz, wo habe ich die hingemacht? Meine Messer haben sie zerfetzt und quasi komplett vernichtet. Sind die verloren gegangen? Wo sind die denn? Okay. Ist das ein Bug gerade? Die waren ja einfach verschwunden. Also ins Nirgendwo. Ja gut, dann nicht, ne? Dann ist das wohl so. So, ich muss jetzt auf diese Brücke. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ah ja, hier am besten. Irgendwas kommt. Wo denn? Wo denn? Gott, 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 Gott. Ich nehme wieder meine krassen Schwerter. Haha. Das ist gut. So. Okay. Okay. Ich esse mal lieber was. Sicher ist sicher. Ja. Ja. Ich nehme mal, ich nehme wieder eine Krass. Ja. Okay. Ja. 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 Flammenwerfer, let's go. Speichern. Ach da. Bleib doch stehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich treffe wirklich nicht gut. Aber ich treffe irgendwie. So, wenn wir jetzt das Ding, es ist nicht grün, okay, es ist lila. Kaputt machen, sollten wir die 100% haben. Das wäre mega krass. Ja, wir haben Carlsberg fertig. Ah ne, das ist nur ein NPC, den lassen wir mal. Den will ich jetzt nicht töten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir bekommen haben für Carlsberg. Ähm. Ähm, 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 ähm. Hier bist du. 300 von den Dingen. Und das war nicht einfach. Also Carlsberg ist keine leichte Gegend. Irgendwie fehlen hier einige Sachen, okay. Ja, dann lassen wir mal die an, die, äh, uncompleted sind. So. Loot, loot, loot. Oh. Ein Lichtstück. Cool. So, mit dem Licht haben wir ja auch immer so ein bisschen Thema, ne? Das ist ja schön. Ich packe mir das mal hier hin. So, Schuhe haben wir eigentlich. Noch ein paar Arrows. Auf jeden Fall gut. Sehr gut. Essen. Banana. Hm, okay. Du nicht. Du auch nicht. Oh, wie gemein, ey. Du siehst die kaum. Unfassbar. Dass ihr da nicht reinlauft, ey. So. Du bist jetzt sicher. Du kannst jetzt hier wieder in Ruhe alles aufbauen. Oh, guck mal, da oben auf dem Haus. Oh, das ist richtig fett, der Loot. Den müssen wir uns holen. Und auch hier. Ich glaube, da sind richtig krasse Sachen drauf. Wenn ich hier runterspringe, sterbe ich dann. Ich hoffe nicht. Ich safe. Oh Gott. Ne, alles gut. So, okay, passt. Aha, aha. Auf den Dächern. Auf den Dächern sollte man auch nochmal gucken. Und jetzt, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Gar nicht. Hier. Da komme ich runter. Und dahin müssen wir. Ich hoffe, ich komme darauf. Weil diese Dinger sind super gut. Da sind richtig gute Sachen drin. Und jetzt, wie komme ich jetzt hier vorne. Na? Bam, bam. Bam, bam. Ja. Aua. Okay. Gibt wohl keinen Fallschaden. Hm. Ich will da hoch. Komme ich denn da hoch? Hm. Hier. Und denn? Aha. Oh ja, sehr gut. Oh ja. Eine Black Pearl. 200 Gold Coins. Und nochmal so ein Treasure Hunter Badge. Ich weiß nicht, was man dafür kriegt, aber... Haben ist besser als brauchen. Noch irgendwelche Dächer, die ich besteigen muss? Ne, ich würde sagen, wir werden jetzt mal schön zum Ballon... ...zurücklaufen. Kommen wir denn da am schnellsten hin? Nö, hier nicht. Wir müssen irgendwie hier hoch, glaube ich. Na? Einpacken. Alles einpacken. Also, wenn wir Ressourcen brauchen, kommen wir einfach nach Karlsburg zurück. Packen alles ein, was hier rumliegt. Und haben nie wieder ein Problem. Also, wenn ich Steine brauche oder hier diese anderen Dinger... ...einfach hierher kommen. Hier ist jetzt alles clean. Gar kein Problem. Und das respawnt in einer Tour. Richtig, richtig gut. Wenn das nicht so ruckeln würde. Mal gucken, ob das woanders auch so ruckelt. Oh ja, her damit. Ich müsste noch mal gucken, was wir für die erweiterte Werkbank brauchen. Oh, Pilze. Ah ne, keine Pilze. Die erweiterte Werkbank, das ist ja etwas, was ich unbedingt haben möchte. Und, ähm, da gucken wir gleich mal zu Hause. Also, erstmal nach Hause. Was ist das? Pam. Erstmal nach Hause. Und dann gucken wir mal, was die Werkbank so kostet. Da war irgendwas Spezielles, wo ich nicht genau wusste, wo ich das herkriege. Ob man da auch raufkommt. Irgendwie. Weil die hätte ich gerne. Da kann man bestimmt gute Sachen drin bauen. So. Travel to. Ähm... Slice Land. Los. Und Escape. Ach ja. Auf jeden Fall macht es mir Spaß, mal wieder ein bisschen hier in die Melika zu zocken. Ist schon nice. Hm. So. Also erstmal Werkbank gucken. Und dann. Also, Kitsune Stan hatten wir auch mal getestet. Im Let's Play. Aber das war mir irgendwie zu heftig. Da wäre mir, glaube ich, eine andere Gegend... Oh, jetzt Nacht. Eine andere Gegend ein bisschen lieber. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Nein. Okay. Wir gucken erstmal... Ruckel. Wir gucken erstmal schnell nach der Werkbank. So. Und zwar... Crafting Station. Diese hier. Advanced Workshop. Was brauchen wir? Also, Brick haben wir. Zement haben wir. Aluminium Ingots können wir machen. Denke ich mal. Ja, okay. Die ganzen Stahlplatten. Stahl-Dinger. Und... Holes. Und Blue Alloy. Blue Alloy ist auch richtig teuer. Für Blue Alloy brauchen wir natürlich... Dieses blaue Metall, was wir eben gesammelt haben. Das heißt, das finden wir ja. Denn wenn das immer nachspawn, finden wir das ja gut in Kaltzburg. Was ja ganz gut ist. Hier, das hier. Blue Metal. Oh Gott, das muss unbedingt sortiert werden. Das ist ganz furchtbar. War das Bolt? Ja. Das sind die Bolts. Okay. Okay. Da haben wir sicherlich auch noch ein paar von. So, hier diesen ganzen Schnullifatz müssen wir hier noch mal kurz... Obwohl, doch so ein bisschen was können wir noch wegpacken. Ist eh gerade Nacht. Ähm... Achso, ich habe doch diesen Glowstick, ne? Mal gucken. Oh ja, gut. Ah, sehr schön. Es werde Licht. Würdest du hier schlafen? Das ist doch gar nicht so schön, Dickie. So. Packen wir hier noch ein bisschen Holzzeug rein. Papier. Das hier auch, ne? Ja. Hier habe ich die Metal-Sachen vergessen, weil ich doof bin. Hier die Sticks noch rein. Und Timber. So. Und hier noch. Achso, ich habe ja keinen... Ich habe ja keinen Platz mehr. Das noch. Das. Das. Steine. Und ja. Super. Hier das noch. Achso, das wollte ich ja... Ähm... Zu dem Klamotten-Geschäft tun. Hier rein. Dort. Dort hinein. Zack. 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 Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Stoff noch. Und das hier. Plastik weiß ich auch gerade nicht. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das kann jetzt hier bleiben. Seil weiß ich auch gerade nicht. Federn waren drinne. Das war drinne. Egal. So. Ich finde es wirklich gut, dass wir Licht haben. Und da haben wir nicht so schlimm. Ich finde es auch nur ein bisschen so schlimm. Und da sind es so schlimm.